Wir kommen zur Fragerunde. Jetzt brauche ich die Mechthild. Wir sind im Verzug zeitlich. Wir haben nicht so viel Zeit wie geplant für die Fragerunde. Darum haben wir zwei, drei Zeit. Aber wir möchten uns die Zeit nehmen. Wenn ihr Fragen habt, sei es an Padillas oder Joel Edwards, fragen, jetzt ist der Moment. Einfach hang auf, wer es eine Frage hat. Und den Weg finden zum Mikrofon. Ich arbeite mit Operation Rescue in Äthiopien, und in Brasilien, und hier in Switzerland. Ich sehe viel Poverty aus einer sehr einfachen Familie, einer sehr einfachen Familie. Ich denke, wir sprechen über die Probleme mit den Schenken. In den Osten. Very wild, big Schenken. Very violent. Wir sagen in Brasilien, die große Fische. Aber es scheint, dass wir als Kirche, Christen, wir fischen in kleinen, aquarium-farbenen Fischen. Was machen wir mit den großen Fischen, mit den Schenken? Also, die Frage ging um die Fische. Eigentlich gibt es da die großen, gefährlichen Haie, und wir beschäftigen uns darum, die kleinen, armen Fische zu betreuen. Wie stellen wir uns zu denen? Ich denke, eine Frage, die wir uns unbedingt stellen müssen, ist, wie gross ist unser Gott? Wenn wir Gott nur ansehen als Gott unseres oder meines persönlichen Herzens, oder von meiner kleinen christlichen Gemeinschaft, und vielleicht nur ein bestimmtes Sektor der breiten christlichen Gemeinschaft, mein Brand der christlichen Gemeinschaft, dann werden wir nie die Vision oder die Kapazität zu haben, diese grösseren Fragen wirklich anzupacken. Ich glaube, wir müssen damit anfangen, unser Verständnis von dem Gott, den wir dienen, ein bisschen aufzufrischen. Er ist der Gott der ganzen Schöpfung, er ist der Herr der ganzen Geschichte. Und mit dieser Vision können wir dann Christen mit einbeziehen in allen Sphären des Lebens. Ohne Angst haben zu müssen, dass unser Glaube Schiffbruch erleidet, oder dass wir abfallen könnten. Und dann können wir den Leuten helfen im Gebet und in Unterstützung in ökonomischen Umfeldern, sei es hohe oder tiefe. Und dann können wir auch die Gaben von Männern und Frauen bestätigen, die Einfluss einnehmen sollten in diesen Sphären, die angesprochen wurden. Wisst ihr, es ist wirklich erstaunlich, wie viele Leute, die Gott eigentlich nicht kennen, glauben, dass eine neue Welt denkbar oder möglich ist. Sie träumen davon. Sie schreiben darüber. Sie weisen Übel und Korruption zurück. Wenn Leute, die nicht an Gott glauben, davon überzeugt sind, dass etwas gegen Korruption gemacht werden kann. Wie können wir, die wir doch an den allmächtigen Gott glauben, hier stillbleiben? Merci. Weitere Frage. Bitte, wenn es möglich ist, gleich sagen, an wen die Frage gerichtet wäre. Wir haben hier gehört von Ihnen, dass eine der Hauptprobleme, die Sie pointen zu, ist Korruption. Korruption. So, Korruption appears as a phenomenon within our world that we say that has to lower down. But my question is, shouldn't we, shouldn't we not go a step further and point not only to the corruption within our system, but to the fact that our economic system is corrupt from the basic? And this is in opposite to what the Bible says. Because 90% of all the money in our world is not money, but debts. And the Bible tells us that debts have to be cancelled after certain years. And taking interest is a crime. So, why don't we tell these truths as a basic of our discussion? And then go to the people that lay their hands for the system and being more corrupt than others as a small part of the whole machinery? This is the question. Why don't we point the fact that our economic system is against Bible principles in a very strong way? Okay, so, it's against Bible principle, objection one. Es ist gegen das biblische Prinzip, das ist der Einwand. And is the Bible against interest? Ist die Bibel gegen Zins nehmen? And is that the same as being against what the Old Testament word usury, abuse? Und ist das das, was im Alten Testament normalerweise als Missbrauch genannt wird? So, the Bible speaks about excessive abuse. Die Bibel spricht von missbräuchlichem Zugriff. But Jesus also in his parable teaches about the legitimacy of making interest in one of his parables. Aber Jesus nimmt auch Bezug in seinen Gleichnissen auf das, dass Zinsen genommen werden. So, I'm not defending it, I'm saying this is a theological debate. Ich muss vielleicht sagen, das ist keine theologische Debatte. Der christliche Protestantismus hat die Vaterschaft für diesen Missbrauch übernommen. Für den Kapitalismus übernommen. Wir sollten das jetzt im europäischen Zusammenhang sehen. Und wenn wir schon so tief in dieses System involviert sind, dann müssen wir das theologisch neu überdenken. Und wir müssen die Strukturen überarbeiten. Aber wir müssen Leute haben, die wirklich die Fähigkeit haben, das anzupacken. So, dass das in einer ökonomischen Welt vom Postchristentum auch wirklich funktioniert. Ja, well, that would take a special debate, the question of interest. Das ist wirklich ein Debattierfeld, das Zins nimmt. Basically, I agree with Joel, but I believe that the biggest problem with regard to poverty right now is the concentration of money power in very few hands. Ich glaube, das grösste Problem gegenüber der Armut ist, dass sehr, sehr viel Geld in wenigen Händen zusammenkommt. Sehr grosse Firmen monopolisieren das Geld. Und ich habe schon Debatten über die Globalisation miterlebt. Ich wurde eingeladen, über Globalisierung und Missionen zu berichten. Ich bin überrascht, was in Europa und in den USA und in Britannien passiert. Ich habe nie realisiert, dass es Leute gibt, die Selbstmord begangen haben, weil sie einfach die Ressourcen für ihr Leben nicht hatten. Ich habe erst letztendlich gelesen, dass in Italien seit Anfang des Jahres täglich zwei Selbstmorde vorfallen. Und es ist erstaunlich, wie viele Hochschulstudenten sich Geld leihen mussten, um ihr Studium fertig zu machen, und sie finden keinen Job. Und das ist vielleicht nicht nur in Griechenland, in Portugal, in Italien, in Spanien. Es passiert auch in Großbritannien, in den USA. Und wir müssen dem Rechnung tragen. Mammon sitzt auf dem Thron. Und Gott ist der Einzige, der den Mammon zerstören kann. Und wir sind auf der Seite Gottes. Es gibt keine Möglichkeit, dieses ganze System zu verändern. Aber wir können Zeugen sein für das, was Gott tun will. Und wir können alles Mögliche tun, was in unserem Umfeld erreichbar ist. Wir werden das Königreich Gottes nicht in der ganzen Fülle hier haben auf der Erde. Und umso mehr, wenn wir es in unserer eigenen Kraft erreichen, zu versuchen. Das ist der hauptsächliche Fehler, den Marx begann. Er wollte das Königreich Gottes ohne Gott. Es soll uns klar sein, dass es nicht möglich ist, das Gottes Reich in der ganzen Fülle hier auf der Erde zu etablieren. Aber dass wir das Mögliche davon machen. Und wir sind auf Gottes Seite. Vielen Dank. Ich bin Dosite Mangandu. Ich bin in der Schweiz seit 12 Jahren. Ich bin aus der Demokratie der Kongo. Aber in einem Monat, in fast zwei Wochen, ich habe zwei Navettes in der Demokratie der Kongo. drei Wochen waren für die vacanze. Und die letzte Woche war für den Bezug auf mein Vater. Ich bin aus dem Kongo. Und nach 12 Jahren, ich bin da. Ich bin aus dem Kongo. 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 Ich habe gesehen, was das hoffen. Ich habe gesehen, die Verhörterung und die Kräfte in der Lande zu verliehen. Ich habe gesagt, dass wir das Verhörterung und die Kräfte in der Lande zu verliehen. Ich habe gesehen, dass das Stato, oder das Regierung, die Kräfte in der Lande zu verliehen. oder es ist komplett absente. So, the question is, what can the church do? Can we enter into this realm of power and politics? Because I realize it's all a matter of politics. So, what is the place of the church in this whole struggle? So, what is the role of the church? I think when we think of politics only as presidents or only as parliaments, we're making a mistake. Because politics has to do with power and we exercise power in all realms of life. There are power issues even within the family. Da sind sogar Machtausübungen mitten in der Familie. And so, affirming that Jesus is Lord, So, Jesus is the utmost power, authority, has implications for the way we relate within the family, in our neighborhood and beyond. There are political issues within the church. Wherever there are human beings interacting with each other, there are issues of power. And so, if we claim Christ's Lordship over all areas, we are not only encouraged but demanded to be intentional about the way we use power. Now, there will be people with gifts and skills and interest and a calling, a vocation. Da gibt es Leute, die haben Gaben, die haben Fähigkeiten, die haben auch Berufungen. To give evidence of Christ's Lordship in different realms of the life of a nation. Und sie sollen Zeugnis für die Herrschaft von Jesus in verschiedenen Anteilen der Gesellschaft geben. Und die Aufgabe, die wir als Kirche haben, ist, diese Leute zu finden, sie auszurüsten, sie zu senden in die verschiedenen Orte, wo sie diese Gaben ausüben können, vom kleinsten bis zum grössten. So, our discipleship is not just an issue of, am I individually more holy? In der Jüngerschaft geht es nicht nur darum, ich als einzelnes Individuum, ich soll heilig sein. Am I more aware of God's love for me? Was sind meine moralischen Werte oder wie schaue ich moralisch Gottes Liebe für mich an? But the discipleship we have as a church and as bodies that accompany the church. Aber die Jüngerschaft, die wir als christliche Gemeinschaft, die wir als Gemeinschaft in der Kirche haben, muss uns ausrüsten, muss uns heraussenden in die verschiedenen Aspekte, in die verschiedenen Bereiche des ganzen Lebens. Einer der grundlegendsten Punkte an der ganzen Maika-Konferenz war eben gerade die lokale Kirche. Die lokale Kirche hat eine Fähigung für Transformation, für Veränderung. Es ist erstaunlich, was du in deiner Nachbarschaft erreichen kannst, wenn deine Kirche glaubt, dass Gott der Gott der Veränderung oder der Möglichkeit der Veränderung ist. Eine der grössten Freuden, die ich immer wieder erlebe, ist gerade in Lateinamerika, dass die Kirchen dort sehen, dass sie die Fähigkeit haben, ihre Umgebung nach und nach zu verändern. Und das hat auch politische Einflüsse. Denn die Kirchen können zeigen, dass es möglich ist, wenn man Gott vertraut, dass man etwas erreicht, wenn man es zusammentut. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich ein Buch fertig gelesen von einem Mann namens James Davidson Hunter. Es hieß Verändere die Welt. Hauptsächlich ging es dort um die Vereinten Staaten von Amerika. Aber er hat auch eine tiefe Einsicht über die Veränderung und Glauben. Und er hat genau das reflektiert, was René und Ruth uns gesagt haben. Und er nennt das Glaubensvolle Präsenz. Und diese Gemeinden, die Kirche, sollte nicht unterschätzt werden, in dem, was sie machen können, in einer glaubensvollen Anwesenheit. Da geht es um Gläubige in allen Sektoren der Gesellschaft. Aber ich glaube, da gibt es hauptsächlich zwei Punkte, die wir verpassen in unserer Agenda. Im ersten brauchen wir mehr Leute, die fähig sind, kulturell zu übersetzen. So dass wir die Gesellschaft beurteilen können im soziologischen Sinn. Aber dass die Leute das dann in das kulturelle Umfeld übersetzen und schauen, was das dort bedeutet. Aber wir brauchen gute Modelle für diese Transformation. Aber auch Leute, die verstehen, was die Möglichkeiten, aber auch die Beschränkungen solcher Strukturen sind. Und die praktische Antworten hervorbringen können. Das ist das, was Daniel tat. Das ist das, was Josef tat in Ägypten. Sie hatten Antworten, die nicht nur in biblischer Reflexion, im eigentlichen engen Sinn funktionierten, sondern auch auf politischer Ebene. Und jetzt brauchen wir auch noch Leute, die das in wirtschaftlicher Ebene tun können. Und jetzt brauchen wir auch noch Leute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind am Ende von Fragenstunden. Währenddessen der See runterläuft, würde ich Sie doch begleiten mit einem herzlichen Applaus. Oh! Applaus Und 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 und